Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Shima's Tutorials ist back mit einem neuen Upload hier auf YouTube. Und heute wird es darum gehen, wenn ihr FPS-Drops-Probleme habt oder einfach Startup-Boring-Probleme, wenn euer Spiel mittendrin lag, dann zeige ich euch heute ein paar Wege, wie wir das beheben können, wie wir das verbessern können, vielleicht auch komplett loswerden können. Und heute machen wir das Ganze in Doom. Bevor wir aber ins Video rein starten, würde ich mich natürlich riesigst darüber freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt, mir als kleinen YouTuber ein bisschen unter die Arme greift, das Projekt YouTube hier bei mir unterstützt und einfach euch ein, zwei, drei Sekunden nehmt und das Video geht und einfach auf den Abonnieren-Knopf drückt. Vielleicht noch einen netten Kommentar da lässt, einfach für den Algorithmus und noch ein Like. Würde mich extrem, extrem freuen und mir als kleinen YouTuber wirklich extrem weiterhelfen. Ja, aber ohne jetzt großartig viel zu reden, bin auch nicht so ein Riesenfan davon, aber ein bisschen Werbung muss sein, starten wir direkt ins Video rein. Also, das Erste, was wir machen wollen, ist relativ simpel. Und zwar navigieren wir dafür in die linke untere Ecke unseres Bildschirms und gehen hierbei auf das Windows-Symbol oder halt eben auf die Windows-Taste auf unserer Tastatur und gehen dann auf Settings und Einstellungen. Was wir jetzt machen wollen, ist auch relativ simpel. Ist das erstmal offen. Gehen wir auf Gaming. Was machen wir bei Gaming? Wir bleiben bei der Xbox Game Bar fürs Erste. Was wollen wir hier machen? Vor allem, wenn wir einen schlechten PC haben, ganz, ganz wichtig, schaltet das aus. Keiner von euch braucht das. Vor allem, wenn ihr, wie gesagt, einen schlechten PC habt. Das saugt einfach nur Leistung, Performance. Das wollen wir nicht. Wir schalten das ganz, ganz gepflegt aus. Nächster Schritt, wir gehen auf Aufnahme. Eins drunter. Das dauert jetzt manchmal, manchmal lag das kurz. Was wir hier machen wollen, ich glaube, das ist auch relativ selbsterklärend. Wir gehen zu Hintergrund-Recordings und wollen, dass wir das im Hintergrund-Recorderte einfach ausschalten. Keiner will mit Windows aufnehmen. Das Schlimmste ist, vor allem, wenn das an ist und ihr es nicht gecheckt habt. Dann wird euch das wahrscheinlich den kompletten, ja, das wird einfach alles lösen, wenn ihr das ausschaltet. Und schaut trotzdem drauf, schaut, dass das ausgeschalten ist. Genau wie Audio-Recorden. Saugt einfach nur Performance. Ich weiß, von was ich rede, ich habe eine 1060 da drin, der PC ist sechs Jahre alt. Also jeder kleine Unterschied, also jede kleine Änderung macht es halt wirklich aus. Schaltet das aus. Wenn ihr was aufnehmen wollt, dann macht das bitte mit OBS oder mit was auch immer, mit einem Programm, was dafür gemacht ist, aber nicht mit Windows. Sind wir damit fertig? Runter zu Game Mode. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ich sage euch nur, probiert es aus. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen PC und bei Game Mode kann man nicht sagen ja oder nein. Das ist meine Meinung und das ist auch bei vielen Leuten, mit denen ich bereits geholfen habe, so. Game Mode an, schaut es euch an. Game Mode aus, schaut es euch an. Was besser läuft, damit bleibt es hier. Ganz simpel. Gehen wir auch einmal eins zurück wieder und wollen jetzt auch Richtung System gehen. Also hier das erste, sind wir bei System angekommen. Ganz, ganz wichtig, wir bleiben bei Display. Und wenn ihr jetzt zwei Monitor habt, dann müsst ihr euch den ersten Monitor identifizieren, mit dem ihr spielen wollt. Wenn ihr nur einen habt, ist das glaube ich hinfällig. Bei mir ist das jetzt der hier. Habe ihn ausgewählt, wir gehen auf Scale & Layout und probieren das Ganze, also die Größe von Text-Apps und anderen Dingen einfach für 100% wie eben empfohlen zu gehen. Bei Display Resolution super, super wichtig. Wenn zum Beispiel bei euch in-game eine andere Resolution ist als euer Monitor, bei vielen Spielen und auch bei diesem Spiel ist es so, dass, ich sage es jetzt mal so, wenn der Monitor eine andere hat und das in-game eine andere hat, das shiftet nicht gut oder beziehungsweise das ist nicht kompatibel und dann fangt es an zu laggen. Deshalb schaut, dass euer Monitor die selbe Auflösung hat wie im Spiel und passt das eben an. Die nächste Sache ist, wir gehen zu Power & Sleep, das ist bei mir so auf Englisch, aber das ist dasselbe und gehen auf die rechte Seite, auf diese blaue Schrift hier. Damit wird sich dieser Tab hier öffnen und ganz, ganz wichtig, wir gehen auch dieses kleine Pfeilchen hier, das sind dann diese ganzen Modes, die hier auszuwählen sind. Und wie hier zu sehen ist, ich habe hier Balanced ausgewählt, also ausgewogen. Das mag nicht bei jedem so funktionieren, bei mir funktioniert es. Ich will euch einfach nur anraten, probiert das aus. Die besten sind High Performance, Balanced und Ultimate Performance. Probiert sie aus, schaut, was euer PC am besten aushält, was euer PC am besten kann, damit ihr halt einen flüssigen Frame-Fluss habt. Probiert das aus, was am besten läuft, damit bleibt sie. Gehen wir wieder zurück, wir gehen auf Storage oder Speicher, gehen nach oben auf die blaue Schrift, wo Configure Storage Sense or Run It Now steht. Und jetzt kopiert ihr einfach meine Settings. Also gehen wir kurz durch, Storage Sense, das Ganze anschalten. Run Storage Sense, das jede Woche. Die temporären Daten löschen, sobald das Spiel nicht verwendet wird. 14 Tage, 60 Tage und dann geht ihr auf Clean Now. Ich mache das jetzt nicht, das dauert etwas zu lange. Das löscht einfach mal alle temporären Daten, die im Hintergrund sich anstacken und die ihr nicht braucht. Gut, sind wir damit fertig, können wir auch schon wieder zurückgehen, beziehungsweise auch schon die Settings verlassen. Was ich jetzt haben wollen würde, ist, dass ihr einen Rechtsklick auf euren Desktop macht und auf Nvidia Control Panel geht. Wenn ihr natürlich eine andere Grafikkarte habt, habt ihr auch ein Control Panel, kommt aufs selbe hinaus. Das heißt, wir starten das Ganze mal, warten mal bis sich das startet. Super, haben wir schon. Und wir bleiben jetzt auch mal direkt bei Display. Was machen wir bei Display? Dasselbe wie vorher bei Display in den Windows Settings. Schauen, dass wir dieselbe Auflösung haben wie im Spiel. Ist, glaube ich, auch relativ selbsterklärend. Danach gehen wir zu 3D Settings. Adjust Image Settings with Preview. Also das erste, was überhaupt aufpoppt. Und was wir hier machen wollen ist, das kann bei vielen helfen, dass wir hier Use My Preference Emphasizing. Und dann haben wir hier einen Regler. Und ihr schiebt das so weitestgehend nach Performance. Natürlich, das ist irgendwo auch eine Waage. Wenn es dann zu shitty ausschaut, dann lasst es natürlich. Aber das kann natürlich auch ein Drehregler sein, wo ihr enorm viele FPS rausholen könnt. Also macht das einfach mal und schaut, wie das bei euch dann läuft. Nächste Sache ist, wir gehen runter auf unsere Taskleiste. Die könnte natürlich irgendwo im Bildschirm sein. Beim Mest ist es natürlich unten. Rechtsklick drauf, Task Manager an. Wenn der jetzt mal gestartet ist, will ich, dass ihr in die linke obere Ecke geht und schaut, dass ihr auf Prozesse geht. Was ich jetzt haben will von euch ist, CPU und GPU euch anschaut. Jedes Spiel, was im Hintergrund läuft, jeder Prozess, der im Hintergrund läuft, saugt Performance, saugt Leistung. Vor allem bei schlechten PCs ist jeder kleine Prozent wichtig. Das macht enorm viel aus. Also schaut wirklich, dass alle Prozesse, die zu viel GPU oder CPU Usage haben im Hintergrund, geschlossen wird, indem ihr zum Beispiel einen Rechtsklick drauf macht und auf End Task drückt. Das schließt den Task einfach im Hintergrund. Nächste Sache ist bitte, ihr geht auf Details. Und ich habe das Spiel jetzt nicht laufen, weil ich auch die Aufnahme laufen habe. Aber wenn ihr das Spiel laufen habt, dann sollte das hier aufpoppen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr es seht. Ihr macht einen Rechtsklick drauf, geht auf Priorität setzen. Geht auf und jetzt ist natürlich, kommt das wieder auf eurem PC an. Above Normal, also höher ist normal oder halt hoch. Und ja, da müsst ihr wieder ausprobieren, was mit eurem PC am besten läuft. Ihr bleibt mit dem Setting, was am besten funktioniert. Letzte Sache im Task Manager, ganz, ganz simpel. Wir gehen auf Startup und deaktivieren, glaube ich, auch selbsterklärend. Und alle Programme, die wir nicht wollen, die sich mit unserer PC mitstarten, sobald wir den hochfahren. Selbes Prinzip wie bei Prozess- und CPU- und GPU-Auslastung. Weniger, je weniger im Hintergrund läuft, desto mehr Performance kann aufs Spiel gelenkt werden. Desto mehr FPS und flüssigere FPS habt ihr. Ganz, ganz simple Mathematik. Haben wir das mal geschlossen, können wir das Letzte, was wir machen wollen, ist, ihr nehmt euren Launcher her, macht einen Rechtsklick auf euren Launcher. Das könnte jetzt jeder sein, ich habe das im Steam heruntergeladen. Und geht hinunter auf Run as an Administrator, also Administrator starten. Dann startet ihr den Launcher über den Administratoren-Modus. Das heißt, dass ihr dann einfach, wenn der Launcher gestartet ist, euer Spiel über den Launcher startet. Und das könnte auch extrem, extrem helfen. Die letzte Sache, die ich euch anraten würde, klingt extrem basic. Vielleicht ist sie auch, aber die basic Sachen helfen meistens auch am meisten. Ich will, dass ihr jeden Driver für euren PC auf dem letzten Stand hält. Sei es Windows, sei es euer Grafikkartentreiber, extrem, extrem wichtig. Geht bitte, tut euch die paar Minuten an, geht in ein Video GeForce rein, geht in eure anderen, keine Ahnung, Programme rein und lädt euch die letzte Version eures Drivers runter. Extrem wichtig, vor allem auf schlechten PCs, die schon sehr, sehr alt sind oder etwas älter sind. Kann das riesige Unterschiede machen, auch dasselbe mit Windows. Das heißt, Windows, Einstellungen, Update & Security. Wie ihr sehen könnt, meiner ist am letzten Stand. Wenn das bei eurem nicht der Fall sein sollte, dann würde ich euch raten, das ganz schnell zu ändern. Gut Leute, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, würde ich mich natürlich riesigst darüber freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da lässt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr wirklich ein riesiges Problem habt, dann können wir auch schauen, dass wir das über Discord lösen können. Schreibt mir einfach einen Kommentar. Schaut mal, wie sich das einrichten lässt. Und ja, vergesst das Abo nicht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.